Meine Pflanzen sind in den letzten sechs Wochen völlig ausgerastet. So, meine lieben Freunde, es ist wieder Zeit für ein Update. Die Pflänzlinge sind gewachsen. Wie blöd. Dann haben wir hier mal die Ätna. Die wurde mir, glaube ich, auch in den Kommentaren empfohlen. Wie ich die vor, war ungebauten Monat, ja, tatsächlich ziemlich nach den Eisheiligen, also Mitte Mai umgepflanzt habe. War das noch so ein kleiner Stöpsel, jetzt haben wir einen guten Monat später. Ich habe hier meine Pflanzen, die sind jetzt so gute fünf Monate alt. Und dann suchen wir ein Pflänzling aus. Die Ätna. Das Teil hat sich, glaube ich, ver-sieben-achtfacht ungefähr. Also es ist brutal explodiert. Man sieht auch tatsächlich schon die ersten Fastblüten. Also das ist kurz vor der fertigen Blüte. Heißt, es dauert nicht mehr lang. Nächste Woche wird die blühen, spätestens. Und dann kommt der Teil, wegen dem wir das machen. Weil dann kommen die Chilis und dann wird es geil. Dann ist da auch mal ein Deckel drauf, nämlich. Dann wächst da was. Und meine jährliche Panik mit, äh, ich habe keine Chilis dieses Jahr. Das sind viel zu wenige. Wahrscheinlich sind es gerade drei Stück. Ist dann auch endlich wieder rum. Jedes Jahr der gleiche Bums. Beruhigt euch. Wir haben jetzt noch fast den ganzen Juli, August, September. Bis in Oktober rein. Wenn es so läuft wie letztes Jahr, geht es sogar bis im November rein. Heißt, wir haben noch drei fette, satte Monate. Das sind 90 Tage, wenn man noch Oktoberbissing bedient, sind wir bei 100 Tagen. Das wird keine Ektik. Joa, dann haben wir hier noch eine Reaper. Die wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, aber da mache ich mir auch keine Sorgen. Die wächst schön. Hätte ein bisschen größer sein können, finde ich. Aber so an sich ist die sehr schön buschig. Hat viele Triebe. Blüten könnten ein paar mehr werden. Aber da habe ich noch einen Trick. Und zwar habe ich hier das rote Hackerfoss. Das ist ein Dünger. Das ist ein Nährsalz. Das kann man dann so entweder oben auf die Erde ausbringen. Bei so großen Pflanzen haue ich meistens so alle zwei bis vier Wochen in etwa, je nachdem wie sie ausschauen. So ungefähr 10 Gramm raus. Entweder über die Erde verteilen, dann schworbt es da Regen rein, wenn es denn regnet. Oder ihr könnt es auch in Wasser auflösen und dann halt stampelweise so. Dazu kippen. Und der rote ist gut für die Wurzelbildung und fördert meines Wissens nach, also bei mir hat es eigentlich immer ganz gut geklappt, auch die Blütenbildung. Wenn euch zu wenig Blüten an der Plante dran sind, dann könnt ihr mit dem mal arbeiten. Dann sollte sich das eigentlich relativ zackig ändern. Ist jetzt nicht von heute auf morgen, aber ich sage jetzt mal in zwei bis drei Wochen haben sich dann schon deutlich mehr Blüten gebildet. Ich weiß nicht, ob ich ihn halt einfach mal zur rechten Zeit ausgegeben habe. Aber meines Erachtens wirkt er schon ganz gut. Ich habe es heuer endlich mal geschafft, dass alles ziemlich buschig wächst auch. Dann kommen wir jetzt mal noch zur dritten Pflanze. Die habe ich glaube ich auch schon hergezeigt, als sie noch sehr klein war. Und die hat sich richtig gemaußert. Das ist die Lemon Drop, aber das ist auch eine Bacatum, die rasten sowieso völlig aus. Der ist eigentlich fast der Topf zu klein. Muss halt mit dem arbeiten, was ich bei mir daheim Platz habe. Solide buschig, die hat, ich weiß gar nicht mal wie viele, welcher der Haupttrieb ist. Ich glaube der da, aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Triebe hat sie. Die rastet vollkommen aus und hat auch schon die ersten Knospen dran. Ich glaube ich hatte noch keine Lemon Drop bisher, die so geil gewachsen ist. Die sind bei mir immer ein bisschen zu klein geblieben, wahrscheinlich aufgrund von zu kleinem Topf. Bin sehr glücklich damit. Mitte, Ende Mai war das wirklich so ein kleiner Trieb mit vier, fünf Blättern. Also das, boom. Klar, es ist bohlenheiß und schwül. Hohe Luftfeuchtigkeit, das sind halt Traumbedingungen für die Pflanzen. Ich gehe zwar beinahe in meiner Wohnung ein, aber die lieben es. Man muss halt immer schauen, dass sie genug Wasser haben bei den Temperaturen. Da muss man halt viel gießen, beziehungsweise ich habe jetzt meine Gießanlage in Betrieb genommen. Und mit dem kriegen sie brav in der Früh und abends ein bisschen Wasser. Genau, wenn ihr noch Fragen zum Gießen habt, ich habe da schon ein Video gemacht. Link findet ihr in der Beschreibung, da ist alles, was ihr irgendwie über das Gießen wissen müsst, behandelt. Joa, also insgesamt bin ich sehr, sehr glücklich mit der ganzen Geschichte und erwarte mir alsbald zeitnah viele schöne Blüten und damit dann auch die ersten Fruchtansätze. Ich hoffe, bei euch schaut es mindestens genauso gut aus. Es wird ein schönes Jahr. Mit fett Chili, ich muss im September, im Oktober wahrscheinlich Urlaub nehmen, dass ich alle verarbeitet kriege. Wenn ihr Fragen zu Chilis habt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Video gefallen habt, liken und abonnieren. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Sommer. Passt auf euch auf, Saungereben und so. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus.